das ist gar nicht schlecht oder müssten wir allerdings jetzt noch welche machen jetzt sieht das aus als wäre da schnee drauf hier ist das nicht wusste jetzt hin ist jetzt nicht kaputt gegangen oder jetzt sag mir nicht die ist kaputt gegangen alter okay naja okay waren zwei eisen die können hoffentlich verkraften 28 diamanten haben wir weiß jetzt gar nicht warum ich da jetzt drauf geguckt habe so können wir könnten auch noch ein bisschen was mitnehmen ach ein feuerzeug braucht man doch haben wir kein haben wir keins tatsächlich nicht okay ein flint warum haben wir kein feuerzeug oder liegt das hier hinten drin interessant na einmal flinten stil könnten noch mal ein eimer noch zur sicherheit mitnehmen auch wenn ich nicht weiß wofür und noch irgendwas ich nicht wissen von der feuerzeug legen war aber aus der hand irgendwelchen unsern machen level 20 haben war das brät noch das brät noch dumm 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 können wir eigentlich schnell das tag ne es ist tag bei mir geht nämlich der regen so ein bisschen auf den keks da draußen hätten wir früher reagieren müssen hätten wir früher reagieren müssen so 36 da müssten wir locker mit hinkommen beschließe ich jetzt einfach beschließe ich jetzt einfach dass wir mit den 36 hinkommen nächstwetter wollen da hinten ein lagerfeuer machen bei dem wetter kann ja wohl nicht sein so ja der weg das ist nix das ist nix gefällt mir noch nicht hier könnten wir auch eventuell stufen machen dass man da sauberer lang laufen kann wo war das ein lack obwohl der regen könnte sogar jetzt ganz praktisch sein falls der baum anfängt zu brennen wird er vom regen wieder gelöscht passiert was passiert was passiert was passiert was sieht nicht so aus ich bei dem blatt habe ich mir nämlich noch sorgen ist das hier der blog ja der ist eigentlich noch recht nah dran wenn ich das richtig im kopf habe vier blöcke über dem feuer und zwei blöcke daneben ist brandgefahr das würde bedeuten auch hier eventuell aber zieht ja okay aus und im moment durch den regen wird sie auch direkt wieder gelöscht wir würden nur sehen es fängt an und dann geht es wieder aus ich hätte auf den zaun da drunter weg machen können warum nehme ich eigentlich spitzhacke probieren wir jetzt aus das probieren wir jetzt aus auf dem weißen teppich vielleicht sogar noch ehler ich habe es nicht so mit dem zielen auf dem zaun kann das sein ja das sieht doch sogar cool aus oder nur der weiße teppich nee den fürchte ich tauschen wir noch aus gegen was dunkleres grau dunkelgrau wie gesagt denke ich mir mal schauen dann hier hin dahin da haben wir keinen ansatzpunkt das geht 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 geht aber natürlich in der ecke da nicht ach so nein nein hier müssen wir natürlich weg kratzen da können wir dann direkt unter die decke platz und hier rein kann man sehr gute lampe setzen wenn ich jetzt auch noch nicht weiß wie außerdem müssen wir noch korrigieren da den lümmel auch der feld sogar so ab ist natürlich auch gut ja mal wie diese komischen schatten irgendjemand hat mir gesagt der schatten backen wäre weg wenn man das muss lightning an hat ich habe es muss lightning an wo sind es gar nicht ganz ok machen wir mal höher ja immer noch wenn wir es voll an machen ja bleibt so viel zu dieser aussage dann setzen wir uns auch wieder runter auf 80 oder so was ja kommen sie jetzt mal 85 da oben müssen wir hin da kommen wir hin durch die höhle fragte ich nur wie hier wahrscheinlich wir waren doch schon da oben ich weiß nur nicht mehr wie wohl hingekommen sind da ist hier hinten da hoch endermann wo bist du wo bist du kollege ich habe dich doch gehört ich brauche deine perle freuen wie sind wir denn da hingekommen ich habe das fleisch noch in der tasche und ich eigentlich in die küche legen wollte so hat sagt aber hier jetzt zur verfolgständigung noch so machen das sieht ein bisschen kacke aus ist zwar totaler unsinn aber naja was jetzt ganz korrekt machen wollten müssten wir eigentlich auch noch so machen so haben wir hier wir sehen das mit dem leitlevel aus da könnte was bauen so setzen wir hier einfach mal richtig und wie sind wir denn jetzt hier lang wie waren wir denn letztes mal da hoch gekommen da ist der kollege guckt mal ja komm hö 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 und du hast eine perle für uns dankeschön so und so und ähm oh ich wollte eigentlich da oben das endermann loch flicken egal so ähm hier geht's lang hoppala so und hier ist nichts passiert in der zwischenzeit dann würde ich mal sagen klappt das auch obwohl ich da echt mit dem blatt noch sorgen habe und wenn das hier anfängt zu brennen dann könnte es echt böse enden aber gut es scheint ja zu klappen mal hier mal so auch wenn ich nicht weiß wofür da ah mist glück dass wir jetzt hier waren das sieht jetzt ein bisschen komisch aus ne mal so machen ja ist ja eigentlich müsste da drin hauen hoffe ich doch ich traue mich jetzt hier nicht weg ähm ähm was hat man denn jetzt noch bucket ja den bucket ohne wasser ist natürlich auch quatsch gewesen da würde ich mitnehmen äh äh hört man das so laut bis hier hin ein ausser laut ein ausser laut ich hab ihn gesehen habt ihr ihn auch gesehen jetzt weiß ich wieder wo mich da reingegangen war ich wollte da drin was essen ohne dabei gestört werden zu können so hau rein den dreck so und hier gucken wir mal wie gesagt hier habe ich mir dann gedacht schlafzimmer kleine küche badezimmer vielleicht kann man hier hinten so rein machen und man hätte könnte es auch weiter spinnen dass man hier hochkeilen kann wobei das da oben wie gesagt unsinn ist hier bin ich jetzt gerade überlegen wie könnte das aussehen ich kann mich doch auf den tisch stellen so da jetzt kloster und dran aber drei kloster und wir ein bisschen übertrieben oder wo soll denn ab äh so dazwischen jetzt haben wir natürlich nicht hier glas hätten wäre das sogar ein bisschen design technisch das könnten wir aber machen dazwischen ein glas wäre denkbar sagt die helligkeit hier da ist zu dunkel in der ecke dabei haben wir schon zwei kloster unter der decke höre ja gut in die ecke soll ja eh noch irgendwas auch wenn ich nicht weiß was da passiert nichts sehr gut hier hinten was bauen da habe ich jetzt noch ein kloster in der hemmere wird auch nichts dran ändern man die ecke da in der tür ist das denn da ist tür da kann nichts bauen oder doch wäre mir aber neu was passiert denn weil das kacke aus das ist mir klar aber warum geben das nicht ich kann an kloster und keine facke setzen ernsthaft ok naja gut auf die schnappse bin ich auch noch nie gekommen dann setzen wir da einfach mal hin das müssen wir noch ändern oder wieder aus wir könnten hier auch auch noch bücherregale hinsetzen wäre aber glaube ich ein bisschen übertrieben hier könnte man sowieso fernseher oder so oder ein bild musst du eigentlich da sein wahrscheinlich nicht aber wieder die falsche taste so da muss nämlich keine sein okay da könnte man noch ein bild hin hängen oder eine uhr irgendwie von hier drinnen gefällt mir dieser holzleiste nicht so wirklich beziehungsweise die durchblitzernden steine da die keine bricks sind habe ich echt noch nicht wir haben ja noch acht stück das sind eins zwei drei eins zwei drei vier fünf wahrscheinlich sechs sieben da wären immer noch wo sieht man die denn alle ja man sieht es auf jeden fall ist doof die tauschung auf jeden fall mal aus totale spinnerei ich weiß und ich hoffe vor allem dass man das jetzt auch von außen nicht sieht das sieht ganz anders aus sieht ganz anders aus könnte mir sagen was er wollte auch wenn jetzt einer sagt da hätte im leben nie jemand hingeguckt egal nein gib her ja zumindest bis da reicht es wenn man den setzen könnte ja ne hm die stehen war ne 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 das muss ich zugeben das hätte wirklich keiner gesehen jetzt haben wir uns fehlen da noch drei dann müssen wir dann bei gelegenheit machen vier sogar ok 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 alter eine stunde ich bin jetzt schon eine stunde am aufnehmen das ist ja irre na gut dann sag ich mal bleibt mir gewogen bleibt mir treu bis zum nächsten part Tschüüüüüüüü!